Wanna teach? Learning while reading. Bei Dominik Wexenberger. Kapitel 20 Text 1 Ich dekoriere mein Schlafzimmer. Ich stelle die Lampe auf die Kommode. Die Lampe steht jetzt auf der Kommode. Die Lampe ist sehr hell. Die Lampe, die auf der Kommode steht, ist hell. Die Lampe, die ich auf die Kommode gestellt habe, ist schön. Die Lampe, mit der ich abends lese, steht auf der Kommode. Ich stelle den Wecker auf den Nachttisch. Der Wecker weckt mich morgens. Der Wecker steht jetzt auf dem Nachttisch. Der Wecker, der mich morgens weckt, steht auf dem Nachttisch. Der Wecker, den ich auf den Nachttisch stelle, weckt mich morgens. Der Wecker, mit dem ich mich morgens wecke, ist laut. Ich lege das Kissen auf das Bett. Das Kissen liegt jetzt auf dem Bett. Das Kissen ist weich. Das Kissen, das auf dem Bett liegt, ist weich. Das Kissen, das ich auf das Bett gelegt habe, liegt auf dem Bett. Das Kissen, auf dem ich schlafe, ist weich. Ich stelle das Sofa in die Ecke. Das Sofa steht in der Ecke. Das Sofa, das in der Ecke steht, ist gemütlich. Das Sofa, das ich in die Ecke gestellt habe, steht in der Ecke. Das Sofa, auf dem ich schlafe, ist gemütlich. Das Bild, das an der Wand hängt, ist fantastisch. Das Bild, das ich an die Wand gehängt habe, hängt an der Wand. Das Bild, auf dem man meine Familie sieht, ist fantastisch. Text 2 Ich decke den Tisch. Ich lege den Teller auf den Tisch. Der Teller liegt jetzt auf dem Tisch. Der Teller ist leer. Der Teller, der auf dem Tisch liegt, ist leer. Der Teller, den ich auf den Tisch gelegt habe, ist leer. Der Teller, auf dem ich das Essen serviere, liegt auf dem Tisch. Neben dem Teller lege ich eine Gabel. Mit der Gabel esse ich. Die Gabel ist sauber. Die Gabel, die neben dem Teller liegt, ist sauber. Die Gabel, die ich neben dem Teller gelegt habe, liegt neben dem Teller. Die Gabel, mit der ich esse, ist sauber. Ich lege das Messer neben die Gabel. Das Messer ist scharf. Mit dem Messer schneide ich das Fleisch. Das Messer, das ich neben die Gabel gelegt habe, liegt auf dem Tisch. Das Messer, mit dem ich das Fleisch schneide, ist scharf. Und neben das Messer lege ich einen Löffel. Der Löffel ist für die Suppe. Mit dem Löffel esse ich die Suppe. Der Löffel, der auf dem Tisch liegt, ist für die Suppe. Der Löffel, den ich neben das Messer lege, liegt auf dem Tisch. Der Löffel, mit dem ich die Suppe esse, liegt neben dem Messer. Text 3 Ich putze das Badezimmer. Das Badezimmer ist schmutzig. Im Badezimmer dusche ich. Ich gehe in das Badezimmer, um zu duschen. Das ist das Badezimmer, das schmutzig ist. Das ist das Badezimmer, in das ich gehe, um zu duschen. Das ist das Badezimmer, in dem die Dusche ist. Ich putze den Spiegel. Der Spiegel hängt an der Wand. Im Spiegel sehe ich mich. Das ist der Spiegel, der an der Wand hängt. Das ist der Spiegel, den ich putze. Das ist der Spiegel, in dem ich mich sehe. Ich putze auch die Dusche. Die Dusche ist groß. In der Dusche dusche ich mich. Das ist die Dusche, die groß ist. Das ist die Dusche, die ich putze. Das ist die Dusche, in der ich mich dusche. Ich wasche auch die Handtücher. Das Handtuch benutze ich, um mich abzutrocknen. Mit dem Handtuch trockne ich mich ab. Das ist das Handtuch, das ich benutze, um mich abzutrocknen. Das ist das Handtuch, das ich wasche. Das ist das Handtuch, mit dem ich mich abtrockne. Text 4 In meiner Freizeit spiele ich Fußball. Der Fußball ist rund. Ich schieße den Ball in das Tor. Mit dem Fußball schieße ich ein Tor. Der Fußball, der im Tor liegt, ist rund. Das ist der Fußball, den ich ins Tor schieße. Das ist der Fußball, mit dem ich ein Tor schieße. Ich schwimme auch gerne im Wasser. Das Wasser ist kühl. Ich gehe in das Wasser, um zu schwimmen. Das ist das Wasser, das kühl ist. Das ist das Wasser, in das ich gehe, um zu schwimmen. Das ist das Wasser, in dem ich schwimme. Ich schreibe auch gern Briefe. Der Brief ist lang. Ich schreibe den Brief für meine Freundin. In dem Brief schreibe ich viele Wörter. Das ist der Brief, der lang ist. Das ist der Brief, den ich für meine Freundin schreibe. Das ist der Brief, in dem ich viele Wörter schreibe. Ich liege auch oft im Garten in der Sonne. Der Garten ist voll mit Pflanzen. Ich pflege den Garten und pflanze viele Pflanzen. Der Garten, der voll mit Pflanzen ist, ist wunderschön. Der Garten, den ich pflege, ist voll mit Pflanzen. Der Garten, in dem ich viele Pflanzen pflanze, ist sehr schön. Der Hund, der mir viel Spaß macht, ist der beste Hund der Welt. Der Hund, mit dem ich jeden Tag spazieren gehe, ist der beste Hund der Welt. Der Hund, mit dem ich jeden Tag spazieren gehe, ist der beste Hund der Welt.